So, Schüppchen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Die Eiskönigin ist da dran. Kommt sich nicht immer an. Ja, ist jetzt gleich an... an Weihnachten, Ende Weihnachten? Äh? Die Eiskönigin ist da. Dann muss ich das. Moment. So. Sektamm. Kleine Schatten. und politik hier spiel und überladen zweiter gibt doch treten stattdessen die fläche ist noch drinnen dann bleibt mehr ist ihr wollt den Job machen deswegen kurz vor Ort Prozent und grücheln ziemlich spät ich muss um 8 Uhr beim Anliegen und grücheln und grücheln wie viele sind da denn dann noch diese Spinn ist noch drin um es lohnt sich der Drache kostet immer 2.000 Euro das alles war eigentlich übelst guter Preis ja das ist mal wieder ein komplett lustig das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja